hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von so ja der ep hat sich ja schon sinnigerweise direkt ins boot gesetzt genau die großen gehör nach hinten das recht du musst schieben du musst schieben ich wollte schon sagen wer paddelt denn hier keiner paddelt hier vorne ich bin hier weg irgendwie ist eine singende höhle auch komisch vor allem wenn es weit und breit keine höhle gibt genau ich bin hier weg ich bin hier weg blästetig ich kann letztendlich lähe ich soll jetzt ich werde weg ich mache meine lieben und ich habe meine lieben tendin der lieben schedaddle du bist du bist in einem ähm, ok ok, sieht aber schlecht aus äh, jetzt, warte mal, da ist irgendwie ein Rohr, siehst du das da oben und ein Hebel, ein Rad, das man betätigen kann aber wahrscheinlich, ich geh mal hier hoch, du kommst ja mit, gehst ja vorher immer echt? er will nicht oh nimm mal das Rohr mit was soll ich jetzt damit? halt's einfach fest oh, was ist jetzt? äh, äh, ja, kann ich noch los das? ok das hat aber jetzt nichts mit dem Rohr unten zu tun, oder? weiß ich nicht warte mal das ist der Alte äh, da ist wieder der Papagei, hä? da oben ist ein Dings äh so ich komm auch so hoch, ja toll das ist dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater was machst du jetzt? ich wollte das Querrohr nehmen, Mann ähm ähm was machst du? guck mal, ob man das da unten... guck mal, das braucht man da ok ok da ist nichts noch aber da geht die Höhlen-Tour weiter, so müssen wir erstmal hier was machen da hinten ist auch so eine Fahne gewesen warte mal, hier ist die Rollleitung unter Wasser achso, die gehen runter das heißt... ach, warte mal kurz, nein oh, das war tot ja, ich wollte mal wissen, was da unten ist ich dachte, dass... wo bin ich denn hin? komm noch mal mit ich gebe... bleib du mal bei der Fahne, bitte warte mal warte, warte ich guck mal unten da unten hat gerade irgendwas mit dem Rohr geblinkt aber da kommen wir doch nicht hin, ne? äh, es blinkt hier, warte mal nein, da ist eine Pfütze wir müssen irgendwie... irgendwie müssen wir Wasser reinlassen mach mal die Flagge, hast du gemacht, ne? ja hm, also die macht es nicht... ach stopp, da fehlte was in der Flagge ne, in der Verbindung, dass da Wasser durchgeht aber wie kommen wir jetzt da runter? wir müssen von der anderen Seite irgendwie da runter kommen da ist das Ohr und da fehlt was wir brauchen einen Knick ne, wir müssen erstmal da hin hm warte mal, hinten kamste aber nicht rum, oder? vielleicht sollte ich mitkommen ähm, naja doch, kamste geh mal warte achso, ne du musst das Ding verschieben auf die andere Seite so äh, das könnte natürlich auch sein dann hätte das Teil wenigstens wirklich einen Sinn was ist mit der? äh, die geht ja wieder zurück aber... w-w-w-w-w pass auf nicht wieder einfach runter springen ähm hi hi hi, ich bin mitgegangen ich geh mal nach da da ist auch ne da fehlt das gerade Stück, was du hast aber... ach, hier die Kiste okay, zieh mal du musst das arbeiten du musst... man, spring nochmal oh, hier ist Verpflegung und Cracker und Cracker hier ist Mais du machst das gut mach das mal weiter ich... ich... los, mach 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 du bist so schwer ich bin der Captain also da muss dein Gradesrohr rein ja mein Gradesrohr kann ich überall reinstecken oh ach du scheiße äh was ist das? uh, dir geht's zu äh gut, dass du schon mal weiter gehst ja, wenn du nicht mitkommst ja, ich wollte nur mal gucken, was da passiert aber... konnte ich nicht mehr ah, guck mal hier braucht nur dein Stück ja, da muss... ja, aber ich konnte ja nicht mitgehen oh dann darfst du nicht so lange trödeln Frage ist nur... was machst du? ich wollte da oben das Ding holen mach doch erst mal das Teil rein nee, ich will erst das Ding holen oh, da ist dein... ist dein... ein gebrochenes Herz ist schlimm was jetzt? ich versuch das Rohr zu nehmen so das... das war da hinten warte mal kommen wir hier rüber? hier war irgendwo noch ein... da... da tropft es schon verdächtig? ist das das, was ich eben... ja ok also das heißt, irgendwie da unten muss einer was machen hier dann gehen wir da runter ich kann mich hier nicht ablassen, weil du nicht mitkommst irgendwie mach das mal ah ah, ja aber jetzt sind wir sowieso hier es ist eigentlich schwachsinnig nee, nee, das ist ja schon mal gut so jetzt haben wir hier... was eingemacht ja, aber warum? warte mal, was sitzt da auf den Schildern hier um... nee, das... nee, das... nee, das... warum sitzt die da immer noch drin, die faule Socke? oder hat das da irgendwie... ich helfe dir nicht, ich... ich... ich helfe dir nicht ja, du setzt dich da jetzt rein, ich kenn nicht... ich geh da auch rein ja so, dann könnt ihr ein bisschen schwimmen... äh... äh, was war das? äh, du bist gestorben, du bist ertrunken warum? weil du es kannst geht auch gut aber bringt uns das jetzt irgendwas? ich verbrenne das jetzt in der Lava, das Boot äh, gehst du da raus? du bist zu schwer ey! warte mal, geh mal nach unten du bist doch Höbeli ist da noch irgendwas? ja, ein Hebel aber da müssen wir erst rein ich glaub, der lässt das Wasser ab, oder? aber den kannst du nicht angreifen äh, also anfassen, oder? äh... nee warte mal... ach so! wir müssen wahrscheinlich... nee kann man das Wasser irgendwie hier ablassen? äh, ich kann... wir müssen das höher machen, oder nicht? nee, das Tor muss auf, wahrscheinlich wir müssen doch dort rüber kommen oder muss das erst da rein? das Boot das hab ich dich ja eben gefragt, aber du willst ja nicht arbeiten so, und jetzt? okay okay, man kommt hier rüber, aber... wo kommst du denn da hin? ähm, soll ich mal runter... äh, okay, das war jetzt... ach so, da geht's hier rüber... und da geht's zu der Lava! oh, da ist auch so ein Ding noch... äh... da kommt man noch runter... da... ich hole mal eben, aber das ist mir bestimmt zu heiße... warte mal, guck auch links mal... ich bin barfuß... äh, da komme ich nicht hin... da verbrenne ich mich ja... ja... kannst du nicht auf die Steine unten drauf? äh, doch... konnte ich... hast du gesehen? einmal konnte ich drauf... jetzt habe ich schwarze Füße... jetzt hat der schwarze Füße! was ist hier? das sieht nicht gut aus... kann das sein, dass du oben... da sind wieder alle dran... ja, wir müssen wahrscheinlich alle an eine Flagge... das sind doch drei gewesen... ich glaube, alle müssten an eine Flagge... oh... das war nicht ganz richtig... das ist eine Sackgasse... man... das ist eine Sackgasse... das ist eine Sackgasse... hm... hm... Wann das 1, 2, 4? der Spitschach... also 1 war da, genau! warte mal... ähm... die muss... hä, was ist denn jetzt los? die springen aber spät... die muss auf die andere Seite, ne... da musst du irgendwie so nach rechts dann... hallo... hm... hm... nee... nee... geh mal hoch... jetzt so komisch... wieso hoch? hoch... hoch... darüber... und dann darüber nach rechts... hoch... noch weiter... ja... ja... äh... das ist scheiße, glaube ich... geh mal wieder runter... hallo... die kann auch nicht... äh... ach... 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 hier überhaupt noch ne Flacke? ja... die war doch da... wo bist du... sind wir eben vorbeigelaufen drin? doch doch... da... nein... ich muss springen... also da... so warte... ich schalte um... ne... ne... also die hängen noch dran... ach... du bist gar nicht dran... ah... das... das... und das brauchen wir anscheinend nur einmal machen... und jetzt kann ich das mitnehmen... einfach... da ist ein Knochen drunter... da ist ein Knochen drunter... den kannst du mitnehmen... keine Ahnung... warum... leg das mal da drunter... aber ich hab... hab mir... hast du was zum Anzünden gesehen? äh... geh nochmal gucken... wo... nochmal hier hinten? ne... da ist nix... ne... erstmal den Knochen... aber ich will den nicht... ach... der ist bestimmt für den Hund... der hat doch was vom Hund gelabert... Hund? ja... der hat doch einen Hund... ja... warte mal... was ist denn mit der Lava mit dem Anzünden? ach... genau... warte mal... aber... warte mal... ich geh mal mit... ich bring das fast mal dahin... kannst du das irgendwie... kannst du das dann irgendwie anzünden und runterrollen oder so? ja... ich weiß ja nicht wie lange das dauert... bis es explodiert... dann explodiere ich total... aber sowas von... äh... schieb schieb schieb... scheiße... es rollt... es bleibt nur stehen... nein... 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 ich muss hinterher... wieso kann ich nicht hinterher? ok... also... aber es hat einen großen Radius... ja... das ist nicht schlecht... äh... was jetzt? äh... keine Ahnung... vielleicht bist du gestorben? ne... ne... äh... also ich geh nochmal da runter... ich hab jetzt gedacht... vielleicht kannst du mit dem Knochen anzünden... aber das war es wohl eher nicht... weißt du was ich an... ach warte mal... es sind aber drei Stück... weißt du was ich glaube? wir müssen die verteilen irgendwo... kann das sein? ne... ne... kannst du nicht eins hier in der Nähe hin... also... beziehungsweise... das nach fast oben... halt... äh... und zwei hier vorne mehr in der Nähe... ich hab doch gesagt... das hat einen großen Radius... so... ne... warte mal... wo ist der gegangen? ich glaub das war hier ungefähr so... ne... ja... aber du musst noch eins weitermachen... ja... ja... Moment... ich muss noch ein anderes Fass holen... ne... du musst weiterziehen... ja... aber zu weit da hoch geht nicht... weiter... ja... das ist zu weit... stopp... das ist zu weit... da ist doch schon die Schräge... das ist viel weiter gerollt... ja... natürlich ist da die Schräge... aber wir müssen ja noch eins dazwischen kriegen... oder... ne... wir müssen... das muss da drunter sein... es muss da drunter sein... meinst du? ja... und bis wo ist das andere... das erste dann runtergerollt eben? ja... das... 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 das war nicht ja... wir müssen uns weiter wieder zurückholen... warte mal... ich mach's mal hier... so... ja... dann mach das da... wo das gerollt... ich glaub... guck mal... vielleicht ist das ein Zeichen hier... mit diesen Steinen da... ich meine bis hier ist es gerollt... stopp... oder? nein... auch da wo ich stopp gesagt hab... geh doch mal ein bisschen weiter... weiter? stopp... weil das andere... meine ich... ist irgendwo... hier... an... also kurz hinter der Leiter... oder so explodiert... meine ich... ne... 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 das ist weitergegangen... ne... das ist zu weit auseinander... siehst du... es geht viel weiter... es geht bis zu den Steinen... das funktioniert nicht... können wir nochmal machen... das... das... das fast muss mehr in die Mitte da hinten... das andere... wieso geht der jetzt wieder da runter... blöder Hilli... okay... das... schiebe ich mal... ein bisschen... achso... ne... das muss ich ja jetzt da hinnehmen... ja... also bis hier hin ist das eben gerollt... das heißt... hier ist die Explosion... ungefähr... wir gehen dann erstmal weiter... das ist ja das was als erstes... das muss hier sein... das lass ich erstmal hier am Rand liegen... so... ach... geht doch nicht... und dann wie gesagt die Hälfte... also... ich würd sagen... ungefähr... so... so... ne... ja... und dann hast du das andere noch... was aber falsch ist... oh... also das muss perfekt sein... so... ja... dann muss es ein bisschen weiter rechts... nach rechts... so... ja... lass... lass es doch liegen... so... ja... ne... ne... so... warte mal... oh nein... nicht rollen... ach... warum geht der immer wieder runter... ach so... wahrscheinlich... weil da oben was passiert... denke ich an... wenn er... wenn er das... macht... irgendwie... keine Ahnung... ich werf mit dem Knochen gleich... oh... dann schieb... achso... ich muss ja loslassen... scheiße... das war... Mist gemacht... oder? Mist gemacht... na doch... ah... aber jetzt ist das Boot unten... das ist doch scheiße... ne ne... das ist gut... guck mal... weißt du warum? jetzt kann man den Hebel betätigen... die konnte ich ja eben... im Unterwasser nicht betätigen... achso... ja stimmt... aber ich komm dann nicht hin... äh... warte mal... da käme ich hin... aber... geh du mal hin... oder der Papagei... nur Platz für drei Personen... ja... wir sind ja nur zu dritt... ach ne... wir haben ja den... den alten... den sollten wir... sollen wir den retten... ne... retten wir den... den lassen wir hier... genau... ne... die ist doch oben... an der einen Flagge... hast du so hingebracht... achso... ja ja... stimmt... warte mal... warte mal... was passiert hier jetzt... jetzt... du machst das gut... na... hm... als wenn du nie... was anderes gemacht hättest... weide ich doch... toll... und du... na warte mal... ne... komm mal mit hier... hier war doch noch ein Rad... was... was macht das Rad... da unten ist auch noch so ein Ding... warte mal... ach... da machst du Dampf mit... na... äh... äh... okay... lass es nochmal zu... du kannst aber da unten das Ding holen... oder? kannst du das holen? das weiß ich nicht mehr... äh... nein... okay... da nicht... aber da unten ist ein Stein... da könnte man schon drauf springen... ne... so kommst du glaube ich nicht hin... das geht nicht... das hab ich schon probiert... mach nochmal das Wasser an... äh... ja warte... ja... geil... ja ich muss ja es an machen... oder warte mal... ich machs an und jetzt wechseln... aber das bringt nichts... das macht ja nur Dampf... du musst von oben da dran... du musst das von oben machen... dann müssen wir da oben mit dem Haken dahin... nein... du kannst ja mit dem Haken nichts machen... wir haben ja keinen... aber... das muss ja dann ein anderer können... ne... das... äh... der andere dann... äh... nur dahin kann... komm... komm mal bitte hier hin... komm mal bitte hier hin... also ja... dann brauchen wir nicht gerne dazu probieren... nein... du sollst... von oben machen... von oben kannst du vergessen... doch... ja... du bist aber daneben gesprungen... du musst auf die Mitte springen... äh... Ja... ham... ja... das ist ... um... ja... dass... ja... 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 halt... ja... die Haken... Nein, hat er nicht... was mit seinem Hund und mit Papagei? Was ist denn hier mit den Crackern? Polly will Keks? Kommen die Essen hin? hätte dass die fehler du wolltest aber doch zu mir kommen da wegen dem ding noch dass wir das ja doch darf ich den mann eben das in den karakter darum ja warte die lasse ich hier